Herzlich Willkommen im Rewe Center Bad Nauheim. Mein Name ist Metin Akdenis und leite die Obst- und Gemüseabteilung. Mit etwa 400 Quadratmeter wird die Obst- und Gemüseabteilung im Vordergrund gestellt. Das Sortiment bietet über 400 Artikel und wird jede Woche aktualisiert. Meine zwölf Kollegen und ich bieten neben dem Hauptsortiment weitere Spezialitäten wie regionale, saisonale, internationale und exotische Feinheiten für den Kunden. Unsere große Auswahl an Bioprodukte und mit Sorgfalt ausgesuchten Convenience-Artikeln unter anderem Salatbar, Nudelbar und Obstsalate überzeugen immer mehr Kunden. Die gesamte Abteilung beeinflusste den Umsatz zum 13 bis 15 Prozent. Das Sortiment wird neben dem Kernsortiment auf Kundenwunsch und meiner langjährigen Erfahrung gestaltet. Die Abteilung wird durch den dunkel gehaltenen Boden, den Edelholzregalen und die futuristisch gestalteten Decken hervorgehoben und ist somit einmalig. Die extra eingebaute Insel für attraktive und neue Produkte wird Woche für Woche neu gestaltet und gleichzeitig jeden Tag als Verkostungsstand genutzt. Die Offenheit der Bad Nauheimer für neue Produkte wird hoch geschätzt, so dass jede Verkostung zu einem beeindruckenden Erlebnis wird. Durch die Online-Kurse der Rewe wird der Mitarbeiter in Sachen Warenkunde auf dem aktuellen Stand gehalten. Unser Rezept-Terminal, unsere Exotenhefte und die edle Erntebroschüre gehören zum besonderen Service dazu. Die groß ausgestattete Schnibbelküche kann dem Kunden fast alle Wünsche erfüllen, wie zum Beispiel Ananasschälen, Säfte pressen und Partyplatten gestalten. Die Freude und das Interesse der Kunden sowie gute Rezessionen motivieren uns als Team jeden Tag aufs Neue. Die Freundlichkeit, Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz der Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017